Hi, wir sind's Elbelon und wir haben tolle Neuigkeiten. Auf jeden Fall. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, bei uns auf der Facebook-Seite haben wir dieses Jahr die wunderbare Chance, auf einem der größten Festivals Deutschlands zu spielen, mit jährlich über 20.000 Besuchern, was einfach der absolute Hammer ist. Und dieses Festival heißt Mira Luna. Genau, und das wäre eine riesengroße Möglichkeit für uns, einen Schritt weiter zu gehen. Und ja, wir haben da ziemlich Bock drauf. Auf jeden Fall. Die Mira Luna Newcomer Video Contest-Jury hat uns zusammen mit vier Künstlern in Voting geschickt. Und an dieser Stelle kommt ihr ins Spiel. Wir werden jetzt hier einen Link einblenden, den findet ihr aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Über den kommt ihr auf die Seite von Mira Luna. Da müsst ihr ein bisschen runterscrollen, bis ihr unser Foto seht, geht mit der Maus drüber und könnt auf Voten klicken. Dann müsst ihr noch eure E-Mail-Adresse eingeben, bekommt eine Bestätigungs-Mail mit einem Link da draufklicken und schon zählt eure Stimme. Moment, belegen wir noch den zweiten Platz, aber mit eurer Hilfe können wir das ganze Ding für uns entscheiden. Eurer Familie und euren Freunden, naja, denen würde ich es auf jeden Fall auch erzählen. Denn jede einzelne Stimme zählt für uns und an der Stelle danken wir euch schon mal jetzt für eure Mühen. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns dann auf dem Mira Luna. Hoffentlich. Hoffentlich!